Kreuzweg der Liebesflamme, 5. April 1996, Karfreitag. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Mutter Gottes, meine Kinder, kommt heute mit Jesus und mir vereint auf den Kalvarienberg. Ich wollte ihn in allem nachfolgen. Und euch nach meiner Führung richten. Durch die Liebesflamme meines Herzens erleuchte ich euren Lebensweg. Erste Station. Jesus wird zum Tod verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Pilatus, obwohl er die Wahrheit erkannte, hatte er Angst, sich danach zu richten. Bittet um die Gnade der Erleuchtung und um Mut, die Wahrheit zu befolgen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schulter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus umarmt das Kreuz und drückt es an sein Herz. Obwohl er weiß, dass es ein Werkzeug seiner Leiden ist, freut er sich dennoch, bei diesem Baum einst die Frucht zur Erlösung produzierenden Baum sein wird. Er will euch ein Beispiel geben, wie ihr Gottes Willen empfangen sollt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Dritte Station Jesus fällt zum ersten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt. Er steht aber wieder auf, um sein Kreuz weiterzutragen. Auch wenn ihr hinfallt, stützt euch auf die Kraft der Gnade und wandelt weiter auf dem Weg der Christusnachfolge. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf, den armen Seelen, im Fegefeuer. Vierte Station Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Dann durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Ach, mein geliebter Sohn. Ich begleite dich. Ich bin mit dir, bleide mit dir, damit ich nach Gottes Bestimmung im Werk der Erlösung deine Gefährtin sei. Die vielen Sünden der Menschen kann man nur so versöhnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Sirena hilft Jesus das Kreuztragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Helfende Hand. Ach, meine Kinder, zögert nicht, wenn man anderen helfen muss. In allem soll euch die Liebe leiten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ihr kreuzigt der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika, reicht Jesus das Schweißtuch da? Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mitfühlende Liebe, wenn ihr euren Mitmenschen helft, so helft ihr damit auch Jesus. Und Jesus prägt sein Abbild in eurer Seele, damit sich in euch seine Gesinnung bildet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter, Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im fege Feuer. Siebente Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Wiederholt fällt das unschuldige Lamm wegen der Last der Sünden. Ihr fallt immer wieder in eure Sünden. Schaut jedoch auf den Sohn Gottes, der für euch zum Opfer wurde. Und aus sein geduldiges und gehorsames Kreuz tragen schöpft immer wieder neue Kraft. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser und hilf den armen Seelen im Kriegefeuer. Achte Station Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Weinet nicht um meinetwegen. Das Weinen genügt nicht. Für die Sünden muss man sühnen. Mit dem Opfer meines göttlichen Sohnes verbunden, mit in mir vereinte Gesinnung wollt ihr sühnen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gewenedeit unter den Weibern und gewenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns, arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf, den armen Seelen in fähiger Feuer. Neunte Station Jesus fällt zum dritten Mal unter der Last des Kreuzes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der letzte Zustand der Erschöpfung Jesus will in seiner unendlichen Liebe auch die hartherzigen Menschen auf den Weg des Heiles führen. Es ist von Nöten, dass jemand auch in der heutigen Zeit für sie Sühne und Buse leistet. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gewenedeit unter den Weibern und gewenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesu heiliger Leib wird seiner Kleider beraubt. Erbüßt, wegen der Schamlosigkeit und Sittenlosigkeit der Menschen. Ach, welch tiefer Schmerz, spaltete mein unbeflecktes Herz. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im fähigen Feuer. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die rohen Nägel verschulden es, dass seine sengende Hand, segnende Hand, seine, die Sünde und irrenden, suchenden heiligen Füße, unbetroffen geworden sind. Jesus eifert uns ununterbrochen an, dass eure Hände seine Hände sind. Eure Füße seine Füße sein und eure Herzen sein heiligstes Herz. Somit sollt ihr alles mit ihm vereintun, immer mit ihm fühlen und mit ihm den Vater im Himmel verherrlichen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station, Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Dann durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Erlösung ist vollzogen. Der Erlöser hat seine Sendung erfüllt. Es ist Gottes Wille, dass ich mit meinem Sohn bis zum Ende der Zeiten in geheimnisvoller Weise aber immer mit euch sein soll. Ich als Mitterlöserin begehe mit meinen Kindern ihren Kreuzweg und lasse sie teilhaben an den Früchten der Erlösung. Einen jeden Menschen möchte ich teilhaben lassen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebe ist Flamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterben. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus. Erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 13. Station Jesus wird vom Kreuz abgenommen und in den Schoß seiner heiligsten Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Erlöst 14. Station Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der teure heilige Leib ruht im Grab. Ich wartete mitten im eifrigen Gebet auf die Morgendämmerung von Ostern, dem Anbruch des dritten Tages. Meine Kinder, möge eure Lage noch so aussichtlos sein. Mitten im eifrigem Gebet erwartet die Vernunft der Tiere die Ankunft der Gnade Gottes, die Morgendämmerung Jesus, ich bin auferstanden, Alleluja und jetzt bleibe ich für ewig bei euch, Alleluja. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirkung deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unserer und hilf, den armen Seelen im fege Feuer. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit Amen. Maria, mit dem Kinderlieb und zu allen deinen Segen gib.